Scheinbar. Hä? Naja, beim Plasma Cutter nicht. Also... Die Platin-Tool ist leer. Ich hab den Plasma Cutter geupgradet und hab den Circuit auch frei für die andere Waffe. Vielleicht weil du so einen Melee-Aufsatz hast. Nicht oben und unten, sondern die andere Weapon. Nicht der andere Aufsatz der Waffe. Ach so. Naja, hab ich nicht. Okay. Wahrscheinlich weil er die gleiche Kategorie ist. Deine beiden Weapons vielleicht. Hm. Ah, wahrscheinlich ist das für den Frame? Keine Ahnung. Geil! Er gibt einen Aufsatz, der hebt automatisch Ammo auf. Sick! Das ist pretty chill. Das ist pretty chill. Okay. Okay. Den Bot kann ich jetzt wieder wegschicken. Okay. Das ist jetzt also ein Revolver. Geil. Ja, der Bot ist... Ich hab mich erschrocken. Alter. Ich hätte ja alle gut. Fuck. Wir haben es doch richtig gegeben. Warte, der Bot hat ja richtig geblinkt, warte. Ja, da unten geht nicht. Ist nicht weit genug. Wahrscheinlich ist das über uns gemeint oder so. Oh. Na gut so. Woah. Oh oh. Freefall? Oh, das ist ein Revolver. Was hat denn alle? Ja. Das Maschinengewehr. Ich hab da was geändert. So in die Spitze. Und jetzt ist da irgendwie so ein motherfucking Revolver. Ja. Ich hab das Video gesehen, als ich auf Titan Station befest. Ich hab das Video gesehen, als ich auf Titan Station befest. Ich hab das Video gesehen, als ich auf Titan Station befest. Das ist ein Gegner. Oh du brauchst mir Platz. Sorry. Und früher. Mal schauen. Na gut, das ist's. Jetzt zeig ich dir uns das erst quasi, weißt du, ein bisschen spät. diese arme haben auch nur welche die auch arme haben diese ja hier sind wir jetzt wieder da kommen wir aus ok er reißt sich die arme ab und zockt ihm schon nach das war ein hunter junger können ich ja und da das wie ein hunter erster teil wir müssen einfach vor dem abhauen der regeneriert die ganze zeit kommen laufen hoch wer ist noch stasis macht nix was du bist zuerst so er geht nicht hoch war leider blockt und Oh, was ist denn da? sauber, du kannst dir die Beine wegschießen Ja, dat geht, dat geht, dat geht Der regeneriert sich halt mal Hier ist das Kit Wo ist denn bei her? Ah, hier Gewehr die Tram, genau Gewehr die Tram, genau Zack War die Durchsprecherstimme auch so laut bei dir? Geh, ich oh sorry rein 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 fuck wohin mit station vor station ich habe keine ahnung ja wie aktiviert er das will er mich verarschen oh der eister kennt ihn aus dem ersten teil hahaha die sind wie wie Mr. X bei Resident Evil 2 alter du kannst die nicht kaputt machen ok man kann ihn die Limbs wegschießen das ist schonmal gut genau wenn er keine Stations hast oder nicht verschwenden willst dann lässt du dir die Knie weg und man Ich will den Bot gleich weg... äh... Bot gleich einsetzen Ja Äh Ist das Optionen, wo wir sind? Ich glaube nicht... oder? Schon... Hier ist ein Minigame... Ach, du musst es sehen, okay... Ja, der reagiert ja irgendwie so slow by... Ja... Ja, das kann nicht zweigleistert in die Richtung, deswegen glaube ich... Ja... Guck mal, wenn ich auf Ziel gehe... Führt das ja dahin... Ja, das ist scheinlich... Okay, zu Shuttle Bay... Ich konnte aber nur das auswählen... Ja, wahrscheinlich... So, kann man den Boy hier wieder ablegen... Warte, der blinkt hier krass... Connect Dispersal... Tower... Konnische Steuern... Optionale Mission erhalten... Optionale Mission erhalten... Ah, let's go... Was ist das hier? I see you... Hehehe... Guess you were smart enough to make it past my lockout... So you must not be one of those no neck dipshits on the General's Goon Squad... Okay, Edmunds... Off top! Alter, die rennen dring weg... Knockback gun in hand... Beide ich nicht ausprobieren... Okay, wenn der vorne wäre... Oh, okay! We're hurting... oh, okay! Okay, jetzt geht das nicht hin... Oh, das ist eine Ksi... Das ist eine Ksi... Die Hörgerung, die Hörgerung... Es hält nie... ... Oh, ich habe keinen Ksi... ... ... eine alle die infekten Soldaten sie haben seinen hier auf die 安全 du kannst mir verzichten dass du ein den ist aber ich habe einen ein tapped von und von zu warte mal ich hab hier mehrere da sind Kinetik Dinge Kryokaps sind dort dann haben wir eine Bombe na den haben wir nämlich schon weggeballert und Sprengstoff ah nix mit Zimt nur und so nix ist ok nix ist ok naja deutsche Synchro ist ok ok ich hier merke nochmals zu rein hey da ist nicht dahingeflogen was hälften sollte ich dachte schon ich hätte immer eine Mine getriggert oder so nix was? du schweig willst? Eldwing? oh ich müsste sie attacken Marv ja vielleicht wäre ohne einmal zu sterben am weitesten kommt also keine ahnung nebvp lol hackt lol über dir über dir über dir über dir also da jetzt nicht mehr über dir aber der hat oben auf dich gewahrt hier ne emergency stasis ja ja das Game wäre viel zu einfach auf normal ja so passt schon ja so ist gute Difficulty erstmal für einen non-Jugend Plus nice nice gotcha oh ich dort warte ein knockback cannon äh ja hier rechts ist alle da rechts muss er abschießen wo ach da er hat ein toter Winkel ach da warte nicht gesehen was ist das was ist das wenn du nicht mehr die 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 ja ich glaube schon aber das blut rausgekommen nachladung ich habe die ganzen dinge mitgenommen warte das läuft mal suchbord stimmt macht er special bling bling ja der macht also bling 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 was vor der seite 한 ising Ich dachte mir, macht der jetzt echt der Ding mit kaputt? Ja, macht er mit kaputt. Okay. Okay. Bet you didn't know you could reverse gravity plating and hammer someone into the ceiling. Ich weiß, dass ich nicht, bis ich versucht habe. Geh auf! Geh in die Gravende Flucht. Ich will dich. Edwards hat eine Art Gravende Flucht gemacht. Ja, ich habe es. Es hat sich in Kraft benutzt, von Environmental Kontrollen und Triggern. Das muss ich, wo erzeugt, Power. Environmental ist nicht weit, wo du bist, Isaac. Hier, ich werde den Kordern. Sie hat den Kordern. Guck mal, ob du den Bot lägen kannst. Nein, nicht effektiv auf jeden Fall. Okay. So, was haben wir da bekommen? Ich glaube, nachladen und clip oder so. Irgend so ein Konik-Dinge. Ich kann da nirgendwo draufpacken. Reload und clip. Warte, wenn ich das richtig sehe. Guck mal, mein Plastomacata, der hat da keinen Special Move. Der hat ja nur einen Turnaround. So, der hat aber extra Platin-Tools. Unten. Frage ist, zählt das dann auch für die Öff? Nee, ich glaube nur für das Lower Tool. Aber warum habe ich dann die Empty-Sachen, wenn ich da... Ja, wenn du da dort rein-tust, erhöht sich dann. Dann siehst du ja, ob es sich Lower-Tool oder Upper-Tool erhöht. Ja, keine Ahnung. Wie hat dann im Detail funktioniert. Ja, stimmt. Johnny came back, what? Mhm. Come back. Mr.Tender. No Mr.Panelback. Hello, back. Hm. Oh, we're going to have a fucking ice storm here tomorrow. Ice storm? Yeah, they're like, warning of like, there's going to be so much ice, it can like, take down power lines and, at least that's what the warning says. Oh, I'm not sure. Okay. Oh, we're going to have a gun on it. Okay. Okay. Oh, wait. Oh. Oh, wait. Oh, wait. Oh, wait. Oh, wait. Wenn die Masch hat Ja Ich will dann switchen War das mal switch? Sie switchen sollen, wenn ihr sich da... Achso, ja, ja Ja, ich hab ihn noch nicht mehr So, der Bot sagt hier vorne Auf jeden Fall, mein Plastik hat jetzt krass auf The Damages Ja, ja, ich auch Ich hab, was hab ich bei mir dran Ich hab Einmal Reload Damage Damage Clip Radar Fire Reload Clip Und die hat Blitzmod da dran Und die hat Blitzmod da dran Die werden gesappt Die werden gesappt Nein, doch nicht So, der Bot an Zack Ich bin Wolfram, jo Ah, jetzt wurde er gesappt So, warte Müsste umgehen Genau Oh, ich häng fest So Ah, okay Ah, okay Da sind wahrscheinlich immer extra Loot Rooms hier mit diesen Stangen Genau Wo wahrscheinlich auch juicy Stuff drin ist Ah, ist die Frage, ob man den Wolfram wieder reinkriegt, ne? Ja Ich denke schon, dass die irgendwo Worf sind, aber ja Wenn du deine Muni sehen willst Das mach ich im ersten auch immer Da drück ich eins oder zwei Ah, genau Okay, die haben ja wieder lots of Prappens und Bomben und so Jo Ich sammle die mal, ne? Oh, dann war schon prappen, ob man lieber da erreichen kann Genau Nice, das feier ich Komm mal, komm mal, komm mal Ja und, du machst das Komm mal, komm mal Komm mal, komm mal Komm mal, komm mal Komm mal, komm mal Oh, warte Artefakt Mache wieder Schrankstoff weg bevor das wieder weg Mache wieder weg Mache wieder weg Habe ich gerade auch weggemacht Okay Jetzt bestimmt wieder Lockdown Engine Ja Oh, oh, oh Bei uns, weg da, weg da, weg da, weg da Zorn Wieso Bist du Ha Ha Über uns. Auf uns gelandet. Oh, ich werde gegengibankt. Ich habe hier voll die Mucke auf, da war der Wichser, Alter. Okay, weiter, ne? Power-Map-Function. Was machen wir hier? Warning, contamination detected. Quarantine lockdown activated. Ach, du Scheiße. Ah. Ach, du Scheiße. In welche Richtung muss die Scheiße sein? Ah, ich gucke auch rein. Warte. Ah, okay, immer die gleichen passen aufeinander. Ah, okay, immer die gleichen Ränder passen aufeinander. Ja, ja, habe ich gesehen. Das ist gut. Genau, die nehmen wir mal mit. Ich glaube, okay, wenn du solo bist hier immer, wie im ersten Teil, da hast du kein Buddy, der dir hilft, da musst du alles nehmen und griffen. Ah, ich habe manche Sachen, da habe ich in so viele Räume mitgenommen, ne? Das ist so safe, die haben wir gar nicht gekannt. Geil. Sehe ich das Reload? Habe ich noch? Ah, okay, können wir da gleich benutzen. Oh, hier liegt, was? War das so langweilig? Ja, ich habe das gar nicht bekommen. War das so langweilig ist. Was du? War das so schlecht, Wilde, wenn du wieder mit jedem? Ja. Was ich die alleine mit denen? Was die alleine hält? Es ist nicht die Geil, die mich lässt. Es geht mir nicht vor allem, bevor ich mich daran mache. Oh. Du kannst ihn jetzt nach dem Conning Tower machen. Wenn Edward's gerade sind, dort wird ihn finden, und sein Stash. Not anymore. Unlock. Oh, falsche Seite. Na ja, ich dachte auch, hä, ist doch eigentlich geblockt. Ja, ja, wo rennen die? Ja. Okay, runter. Ey, der ist doch immer schneller gegeben, als du runtergekommen bist. Na ja, der hohen Sohn, Alter. Ich weiß, ich lebe den Nockback-Gun, die Anna hat, die ist High Value. Der hat halt auch extrem viel Muni, ne? Guck mal, im Clip sind zehn Stück. Ohne Give-Me-Tune Clip. Zehn Mal kann ich die Leute einfach crowdcontrollen. Ah, so war's. Stufe drei, ne? Jetzt kann man nach oben. Also ist ja gar nicht so gut. Guck mal, nun kann ich mich erinnern. Ich denke, ich habe bei seiner Ex-Konline. Ich vergralsch überall Action. Die Frage ist, ist das eine Rekorde? Oder ist es live? Das ist eine Rekorde, der ist schon längst tot Ja Das ist für dich, BAM Die hat der Harte gechillt Sucher, Bot warten an der Bank Genau, nice Hier dran Okay, hoch, ne? Nein Hä? Entschuldigung Hast du das auch gesehen, Junge? Ja, aber mir hast es auch gemacht, Alter Ja, ich auch Ich wollte mich nutzen, das ist nach Etage 2 für seinen fucking Key Der kleine... Bastard Oh, scheiße, sorry Ja Co-op in a nutshell Ja Kinda stupid, eh? Ich wollte nur leben Und jetzt, wenn ich mich nicht auf dem Weg Ich konnte nicht mehr schlafen Mit all dieser Zeit allein Ich wusste, wie Sam sagte Ich bin ein Lazy Prick Ich bin ein Lazy Prick Ich habe nie einen für die Team Ich habe einen extra slot und es ist ein Stasis Ich habe einen extra slot Ich hab voll irgendwas aufgehoben, ich glaube ich hab das geschlecht Ja Warte mal Ich schieße einmal 50 Ja, haben wir den Schlüssel Nein, nein, warte ich Verlierst du Access, Muni, wenn du nachlädst, bevor du dingst? Kann man ja gucken Ich schieße 20 und 15 Ich hab zwei verloren, obwohl es nachklappt Ja, ich verliere einen Okay Vielleicht kosten manche Schüsse mehr Muni Ich schwör, du verlierst Access, Muni, wenn du zu viel nachlädst, Kev Nein, ich hab jetzt geschossen Auch mit deinem Plasma Cutter? Plasma Cutter, geschossen Ich hab jetzt 34 So, lad ich nach 33 Und ich hab jetzt 84 Ich schieße einmal Hab 47 Lade nach Hab 45 30 Ja, dann kostet der wahrscheinlich zwei Schüsse Pro Nachlader Von dem Clip Das ist ja kein normaler Plasma Cutter Das ist ja kein normaler Plasma Cutter, oder? Doch Das ist ja kein normaler Plasma Cutter